Fangen wir an mit den Grundlagen. Einführung in die Zauberei. Steck dir den Ring an. Äh... Da passiert nichts. Nein. Oh nein! Scherz. Du weißt, dass der Mensch nur 10% seines Gehirns nutzt? Ja. Zauberer können Materie manipulieren, weil sie mit der Fähigkeit geboren werden, das ganze Gehirn zu benutzen. Sekunde, ist Zauberei Wissenschaft oder Magie? Ja, genau. Fürs Erste brauchst du nur einen grundlegenden Kampfzauber, das Feuermachen. Wodurch erhitzen sich Moleküle? Na, durch Schwingungen. Alles, was wir sehen, ist in einem dauerhaften Zustand von Schwingungen, daher die Illusion von Festigkeit. Aber wie schaffen wir es, dass etwas, das uns als fest erscheint, in Flammen aufgeht? Wir verstärken die Schwingungen durch unseren Willen. Schritt Nummer 1? Befreie deinen Geist. Schritt Nummer 2. Visualisier die Moleküle. Schritt Nummer 3. Mach, dass sie schwingen! Oh! Klar? Nein, hier ist definitiv gar nichts klar. Vertrauen auf den Ring, Dave.